Nur wenige Tage nach der Geburt mehrerer Welpen wurde eine Hundemutter und ihre Kinder auf einem Parkplatz ausgesetzt. Zum Glück war das Schicksal an diesem Tag gnädig mit ihnen und was dann geschah, wird dich zum Weinen bringen. Dory war eine wunderschöne hochschwangere Hündin. Trächtig zu sein ist hart, frag einfach jede Mutter, die du kennst, aber für Hunde ist es noch viel schlimmer. Während Menschen in der Regel nur ein Baby austragen, besteht ein durchschnittlicher Wurf aus fünf oder mehr Welpen. Wir sind sicher, dass du verstehen kannst, wie unangenehm es für eine Hundemutter sein muss, wenn so viele Babys in ihrem Bauch zappeln. Deshalb ist es wichtig, eine trächtige Hündin mit viel Liebe und Aufmerksamkeit zu verfolgen. Es ist eine schwierige Zeit. Leider haben Doris Besitzer sie überhaupt nicht unterstützt. Sie waren regelmäßig außer Haus, ließen sie allein und wenn sie im Haus waren, schrien sie sie oft an oder schlugen sie sogar ab und zu. Das waren sicherlich schreckliche Lebensbedingungen. Doch als sie trächtig wurde und instinktiv mehr Liebe brauchte, verloren die Besitzer die Geduld. Dory gebar eines Nachts alleine und als ihre Besitzer die Welpen am nächsten Morgen entdeckten, ignorierten sie sie und verließen das Haus. Es sollte dich also nicht überraschen, dass diese verletzenden Besitzer Dory und ihre Welpen bei der ersten Gelegenheit in einen Käfig steckten, sie quer durch die Stadt fuhren und auf einem leeren Kirchenparkplatz anhielten. Dort zerrten sie den Käfig aus dem Auto, kippten Dory und die Welpen heraus und fuhren einfach davon. Die Tierchen verbrachten viele lange Stunden zusammengekauert in der Kiste, genau dort, wo sie zurückgelassen worden waren. Sie waren so verängstigt, dass sie sich nicht einmal trauten, den Kopf aus der Kiste zu stecken. Sie kuschelten sich alle einfach zusammen, um sich zu wärmen und zu schützen. Zum Glück war Sommer und ein recht angenehmer Abend, aber das endete nichts an der Tatsache, dass die arme Dory Angst hatte. In diesem Moment hörte sie ein Geräusch in der Ferne, das langsam näher kam, bis sie die Schritte auf dem Asphalt des Parkplatzes hören konnte. Sie kauerte sich zusammen und wimmerte leise. Die Person, die sich näherte, war ein freundlich aussehender Mann. Er schaute in die Kiste und seine Augen wurden groß. Was auch immer er erwartet hatte zu sehen, das war es nicht. Dory sah zu ihm auf und war plötzlich erleichtert. Der freundliche Mann sprach sanft zu ihr und den Welpen und sagte, dass alles gut werden würde. Er hob die Kiste hoch, vorsichtig, um die Hunde nicht zu erschrecken, und trug sie in die Kirche. Im Gebäude kümmerten sich mehrere Gemeindemitglieder um Dory und die Welpen und brachten ihnen Futter, Wasser und Decken. In diesen kurzen Momenten erfuhr Dory mehr Liebe, als sie jemals von ihren grausamen Fuhrbesitzern erfahren hatte. So ein ungewöhnliches Paket auf dem Parkplatz zu finden, war wirklich schockierend, aber wir betrachteten es als geschenktes Herrn, sagte der freundliche Mann, der Dory und ihre Welpen entdeckt hatte. Solche hilflosen Tiere auf diese Weise auszusetzen, ist verabscheuungswürdig. Die kleine Gemeinde war so überrascht, dass mehrere von ihnen Fotos mit ihren Handys machten und sie in den sozialen Medien teilten und die seltsame Art und Weise, wie sie gefunden wurden, zu erklären. Die Fotos verbreiteten sich viral und innerhalb weniger Stunden wurde die Gemeinde von mehreren Freiwilligen kontaktiert, die der Hundefamilie helfen wollten. Doch bevor etwas entschieden werden konnte, bot der erste freundliche Mann an, die Hunde zum Arzt zu bringen, um klarzustellen, dass sie alle glücklich und gesund waren. In der Klinik angekommen, begann einer der diensthabenden Ärzte die Welpen, einen nach dem anderen zu untersuchen. Sie schienen alle in Ordnung zu sein, wenn man bedenkt, dass sie einen harten Start ins Leben hatten. Aber er hielt inne, als er den kleinsten männlichen Welpen erreichte. Er war eindeutig der Zwerg des Wurfes und bei näherer Betrachtung fand der Tierast einen Tumor an seinem Hals. Dieser würde den kleinen Welpen wahrscheinlich umbringen, egal wie sehr man sich bemühte, ihn zu behandeln. Also wurde beschlossen, dass es das Beste wäre, den kleinen Welpen einzuschläfern. Es war ein trauriger Moment, obwohl es noch fünf weitere Welpen gab, um die man sich kümmern musste. Es ist immer traurig, wenn ein Welpe oder überhaupt ein Tier eingeschläfert werden muss, sagte der Tierarzt und erinnerte sich an die Zeit, in der er die Welpen untersucht hatte. Aber manchmal sind diese Dinge unvermeidlich und müssen getan werden. Das ist auch der Grund, warum Katzen und Hunde so große Würfe haben, denn so ist die Chance größer, dass wenigstens ein paar von ihnen überleben. Es ist wirklich ein Zahlenspiel. Der freundliche Mann brachte Dory und ihre Welpen zurück in die Kirche, wo er von einer Frau namens Angel empfangen wurde. Die Ironie ihres Namens war der Gemeinde nicht entgangen, den sie bot an, nicht nur einen oder zwei der Welpen, sondern den ganzen Wurf aufzunehmen, einschließlich Dory. Eine Familie zu trennen wäre grausam und wenn Angel sie alle zusammenhalten könnte, würde sie das tun. Sie leitete nämlich eines der größten Tierheime in Texas. Sie spezialisierte sich auf die Rettung ungeliebter Haustiere. Aber würde Angel trotz ihrer besten Absichten ein Zuhause finden können, das Dory und ihre fünf Welpen aufnimmt? Nun, das war die große Frage. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass uns ein so großer Wurf angeboten wird, sagt Angel und erinnert sich an die Zeit, als sie von Dory und den Welpen hörte. Und es ist noch seltener, dass auch die Mutter zu diesem Wurf gehört. Ich sah es als Herausforderung an, ein neues Zuhause für sie alle zu finden. Es war klar, dass die Hündin missbraucht und vernachlässigt worden war und dass sie ihre Welpen sehr beschützen wollte. Solche Tiere müssen zusammenbleiben und sollten nicht getrennt werden. Aber es kommt nicht oft vor, dass Leute zu uns ins Tierheim kommen und eine ganze Familie adoptieren wollen. Angels Befürchtungen erwiesen sich als richtig. Mehrere Monate lang blieben Dory und ihre Welpen in einem Käfig im Tierheim. Oft meldeten sich Leute, die sich für einen oder zwei der Welpen interessierten, aber Angel bestand darauf, dass sie nicht getrennt werden sollten. Es schien, als hätte niemand den Platz, eine so große Gruppe zu adoptieren, obwohl sie alle so liebenswert waren. Eines späten Abends, als Angel die Welpen fütterte, saß sie da, schaute sie an und sprach mit ihnen. Sie liebte es, mit diesem Wurf zu sprechen, denn sie schienen ihr immer zuzuhören. Sogar Dory, die Mutter, kam und zeigte viel Zuneigung. Sie hatten alle eine starke Bindung aufgebaut. Und genau diese Bindung brachte Angel auf eine Idee. Es war zwar eine verrückte Idee, aber im Leben geht es darum, Risiken einzugehen. Sie lebte in der Nähe, etwas außerhalb der Stadt, auf einer großen Ranch mit ihrem Mann. Er züchtete Rinder, sodass sie viel Platz hatten. Auch Platz für Dory und ihre Welpen. Zu Hause angekommen erklärte es ihrem Mann die Idee. Angels Mann war zwar ein harter und starker Mann, aber die Geschichte von Dory hat ihn wirklich bewegt. Als Tierliebhaber würde er nie verstehen, wie Menschen ihre Haustiere so grausam und gefühllos behandeln können. Nach langem Überlegen und mehr als nur ein wenig Überzeugungsarbeit stimmte er schließlich zu. Dory und ihre fünf Welpen hatten nun ein neues Zuhause auf Angels Ranch. Und von da an hätte es für die Hunde nicht besser laufen können. Sie lebten ein glückliches Leben, rannten und spielten auf der großen Ranch. Angel brachte Dory und ihre Welpen nicht nur regelmäßig mit in die Kirche, sondern die Hunde wurden zu einer Art inoffizieller Maskottchen. Die Menschen kamen von weit her, um die Hunde zu sehen. Es scheint, dass ihre Geschichte von Kampf und Rettung und Erlösung die Menschen von nah und fern berührt hat. Und was Dory angeht? Nun, Dory konnte den Rest ihres Lebens in Frieden und Glück verbringen, ihre Welpen wachsen und reifen sehen und sich von ihren neuen Besitzern geliebt und gewollt fühlen. Schließlich war das alles, was sie sich jemals gewünscht hatte. Was hältst du von dieser besonderen und herzzerreißenden Geschichte? Hättest du selbst einen so großen Wurf aufnehmen können? Wie immer freuen wir uns über deine Gedanken in den Kommentaren.